Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich für euch die Multi-Flash von Bröckhoff testen, mal wieder ein Artikel von Bröckhoff. So sieht ein einzelner aus, ist jetzt nicht besonders groß, aber ich denke mal die werden doch ein bisschen was drauf, auf jeden Fall. Sechs Stück in der Packung und Freude, wenn ich hier reinrieche, riecht es extrem nach Feuerwehr wieder, das gibt mir schon richtig wieder die Lust, es riecht so geil. Riecht einfach nur geil, dann sehen wir uns draußen bei der Zündung wieder. So Freunde, zuerst eine einzelne. Richtig geil. Und jetzt nochmal drei Stück auf Schlag. Ah, leider sind nur zwei an. Die dritte geht auch noch an, geil. Also richtig, richtig schön, geil, hell, richtig geile Teile. Ich will nicht so lange reinkaufen. Sieht richtig geil aus. Die Multi-Flash, auch wieder eine klare Kaufempfehlung. Also Bröckhoff produziert nicht nur geile Banner für die ganzen Artikel, sondern auch echt geile Artikel. Hat sich echt gelohnt. Ich glaube, die kamen auch unter zwei Euro. Und dafür so richtig geile Flash-Dinger zu haben, richtig geil. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir das ja mit einem Daumen nach oben zeigen. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse stimmen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.